Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zusammen mit German Let's Play. Wir spielen die neueste Version von Raft. Hi Meniel! Hallo! Dieses Projekt wird wie immer abwechselnd sein. Das bedeutet, die erste Folge erscheint auf unser... Oh Gott, er greift mich direkt an! Bist du denn verrückt? Warum? Meniel, du darfst jetzt nicht direkt in den ersten Passiv... Nein, nein, ich bin fast tot. Viertel Leben. Okay. Okay, du musst jetzt ein bisschen aufpassen. Ich muss hier doch noch was erklären. Und zwar, die erste Folge erscheint bei uns beiden auf den Kanälen. Die zweite Folge bei mir. Und dann die dritte bei German Let's Play. Und die vierte wieder bei mir. Also praktisch abwechselnd. Das bedeutet, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen von Raft mehr zu verpassen. So Leute! Ich denke mal, die meisten von euch kennen das Spielprinzip. Das Game wurde komplett neu überarbeitet. Meniel ist hier schon fleißig. Wir sind auf einer einzigen Palette mitten im Ozean. Und wenn wir mal... Oh Gott, ich hab echt Angst. Boah Harald. Wollen wir Tab drücken? Ja, wir drücken Tab. Denn es wurde wirklich sehr sehr viel überarbeitet. Es gibt hier einen Forschungstisch. Und es soll sogar Inseln geben. Und was man hier vielleicht euch auch mal zeigen kann, was Meniel eben gerade schon ausprobiert hat. Kannst du mal kurz gucken, wo Harald ist? Äh, Harry? Ah, direkt bei uns. Direkt bei uns. Und zwar vorher konnte man ja nicht tauchen. Das ist jetzt möglich. Es gibt eine Unterwasserwelt. So, und Peter hört jetzt mal auf, die ganze Zeit zu labern. Und macht jetzt hier mal ein bisschen... Hilfe! Alter, was ist denn... Was machst... Was ist denn... Was ist mit dem Hai passiert? Ja, Harald ist mega aggressiv. Also der weiß, wo der Frosch die Loggen hat. Ich habe so 15% Leben, ne? Ja. Oh ja, das finde ich... Ist auf jeden Fall klasse, Meni. Kannst du mich füttern? Ist ja nicht so, als wäre Sterben hier ein bisschen suboptimal. Äh, füttern kann ich dich nicht. Aber, da vorne sehe ich eine wunderschöne Kiste. Ja, das stimmt. Wow, genau da zwischen. Perfekt. Hey, den wollte ich aufsammeln. Warte, der Hai ist ein bisschen weiter weg. Tu's nicht. Ne, 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 ich bin... Ich muss da einmal ganz kurz reinspringen. Er ist halt auch instantan. Er ist auf Krawall gebürstet. Der ist wirklich... Ja, ja, ich guck mich mal hier um. Aber das ist wirklich die einzige Kiste, die da vorne ist. Lopfer, was war das denn für ein Wurf? Du hast wirklich Pudding in den Arm. So, ich versuch den jetzt mal. Maximal! Nein! Er hat's! Du kleiner Stealer! Sack! Oh, ne Kartoffel! Das kennt man auf jeden Fall schon. Aber, es gibt scheinbar auch Taucherausrüstung. Und man soll wohl wirklich viele Sachen noch erforschen können. Aber wir müssen uns jetzt wirklich erstmal um den Basic-Kram kümmern. Nämlich hier. Vor allem, man kann eine Hailtrophäe machen. Oh. Mit nem Haikopf und nem Schild. Aber Harald! Oh nein, vielleicht gibt es dann auch irgendwann. Bei Subnautica gibt es doch auch so ekelhafte Kreaturen. Hast du die gerade ekelhaft genommen? Was soll das denn? Ja, nein, aber so Riesenkraken und so weiter. Du bist ekelhaft. Hey! Wir sind doch ein Team! Ja, noch? Wart mal, bis ich eine Insel finde. Hahahaha! LOL! Wie er es nicht kann! Du hast einfach schneller geworfen als du. Kurz, ich hab... Was hast du? Ich hab ne Paile! Alter, ein Hammer! Ja! Was braucht man da für den Hammer? Für Sachen. Seile. Okay, warte. Aber ich kann auch hier unten ein Seil herstellen! Und dann schnappt Pidizzle sich auch den Bauhammer! Bau was? Zeig's den Leuten, dass du ne Palette erschaffen kannst! Jawoll! Ich hab ne Palette erschaffen mit ein bisschen Schrott und ein bisschen Holz! Wieder einfach direkt mitten in meinem Gesicht! Wir müssen eine Sache unbedingt! Da... Benjel! Nördlich vor mir! Es gibt keine Richtung! Aber hier, wo wir hintreiben! Dahinten ist ne Insel! Ach! Mit nem romantischen Baum! Oh ja! Aber da können wir hinziehen, komm! Wollen wir hier schwimmen? Ja, ja! Nein! Du schwimmst jetzt erstmal nicht, Alter! Na, ich hab mich bisher regeneriert! Ja, na... Wie hast du das denn gemacht? Nein! Ja, das passiert einfach! Ach so! Oh, da ist doch hier vorne! Komm, 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 komm! Ja! Mit nem gut gezielten Wurf von Pidizzle! Ja! Nein, nein! Gib's mir! Du Mieser! Oh, ich bin gef... Noch ne Palette! Warte, du mal ne Palette bitte! Ja, ich kann nicht! Mir fehlt irgendwas! Ich glaub, Schrott! Ja, nimm dich doch selber! Was wird das denn heißen? Nein! Oh nein! Wir haben keinen Speer oder so! Ja, ja, wir haben vergessen... Nein! Nein! Lass doch die Palette in Ruhe! Hör auf! Oh Gott! Ich krieg eben mein... mein... mein Ding bugt! Oh nein! Ah, jetzt nicht! Ach doch, klar! Ein Problem! Holzsperr! So, genau! Mist! Ich glaub, wir sollten beide ein... Drei und... Ja, ja! Ah, okay! Wir brauchen auf jeden Fall viel Holz! Was denn? Wo bist du? Okay, okay! Ich bin kurz runtergefallen! Es ist echt rutschig! Ja! Zack! Oh, da vorne ist so ein dickes Ding! Komm! Guter Wurf! Was? Der war drauf! Hier vorne! Ja, unsere Heimat! Guck mal! Ja! Wir müssen doch irgendwie... Genau! Man kann nämlich auch einen Anker bauen! Der würde es uns ermöglichen, hier eben... Genau! Wurfanker hier reinzugehen, aber wir haben leider nicht die Materialien! Aber was passiert jetzt? Weil wir... Wir klatschen auch dagegen, oder? Ich... Ich weiß es nicht! Oh nein! Unsere Paletten! Stopp! Das wär zu dumm! Stopp! Nein! Das wär echt blöd! Und? Ne, okay! Wir schwimmen einfach daran vorbei! Nein! Es hat sich gedreht! Oh! Du! Du Spieler! Nein, der Hai! Der Hai! Hilfe! Tschüss! Ich bin... Ich bin drauf! Oh! Ja, ne Pflanze! Oh nein! Oh nein! Ja, komm wieder zurück! Oh Gott! Ich hab ne Pflanze aufgehoben! Sauber! Sehr gut! Ich bin so stolz auf dich! Guck mal! Da vorne ist auch ein Raft! Oh! Siehst du das? Ja! Ich hab ne gelbe Blume! Zeig mal! Ja, hab ich schon in der Hand, aber man sieht's nicht! Ne, ne, man sieht's leider auch nicht! So, ich werd jetzt mal gucken! Der Speer! Holzspeer! Ja! Eine Planke, ein Seil! Kann ich denn schon wieder Seile craften? Jawoll! Okay! Ich mach mal hier vorne! Zack! Oh Gott, ey! Du bist echt... Mängel! Ich muss sagen, du bist ziemlich verrückt! Hat dir das schon mal jemand gesagt? Warum? Weil ich hier auf einer Palette lebe, oder was? Nein! Weil ich... Ich hab Angst um dich! Aber ich hab jetzt nen Speer! Siehst du den? Wir greifen mich mal an! Zeig mal wie stark das ist! Nein! Ich möchte ihn nicht angreifen! Nein! Okay, ich hab auch eins! Jawoll! Perfekt! Humba, 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 Humba! Weißt du, das was ich mach? Erstmal in dich reinstechen! Ja, danke! Das ist wirklich nett von dir! Kann... Ey! Ey! Kannst du mal bauen? Einmal? Achso! Ja, warte! Hab ich! Danke! So, aber man kann doch da... Rechtsklick machen, genau! Alter! Was denn? Ja, nehm mal den Hammer, mach mal rechtsklick und guck dir mal die verschiedenen Sachen an! Es gibt jetzt richtige Dächer! Und man kann den... Ah! Reparieren! Ah! Treppen! Okay! Also die Möglichkeiten sind echt richtig krass! Und ich will einfach nicht wissen, was man alles bekommen kann mit diesem Forschungstisch! Das ist echt cool! Ja! Was bauen wir denn dafür? Ah! Paddel sind auch dazu da, um sich hier aus so Ecken und so raus zu... zu drücken! Wenn man festhängt mit dem Teil! Ah! Okay! Oh! Kiste! Kiste! Oh! Ey! Wir müssen uns unbedingt mal um Essen kümmern, ne? Ach! Weil wir werden sonst verhungern! Es gibt einen Haiköder! Stimmt! Es gibt einen Haiköder, den man rauswerfen kann, damit der Hai beschäftigt ist! Ja! Ja! Das ist klasse! Aber ich glaube, ein Haiköder ist nicht das unbedingt, was wir brauchen, sondern... Warum nicht? Ne! Wir brauchen irgendwie was, wo wir die... Weil ich hab ne Potato! Ja! Wir brauchen also praktisch... Wie ein Stein! Ein Grill... Ne kleine Anbaufläche! Genau! Ich brauche jetzt noch drei Seile und drei Planks! Ja! Warte! Ich kann jetzt zwei Seile geben! Hier ein paar Planks! Danke! Okay! Dann fehlt mir... Ja! Letztlich nur noch ein Seil! Kann ich schon wieder ein Seil... Ich höre es hier! Planschen! Ja! Wir wollen ein bisschen waschen! Ja! Alles gut! Nehmen wir mal das Plastikzeug! Warte mal! Aber wie kriegen wir auch trinken? Ähm... Indem wir das Wasser einfach destillieren! So wie damals bei Raft! Kann Portionen... Einfacher Reiniger! Kann Tasse Salzwasser! Ja! Das ist auch gut! Das können wir auch schon machen, ne? Der einfache Reiniger... Ne, uns fehlt... Also... Ich könnte die Anbaufläche... Baue ich noch zwei Planks! Okay! Da sollte ich jetzt mal... Ja warte warte! Ich habe einen Plank! Okay! Ich schnapp mir mal hier den Schrott! Ach komm schon! Bitte! Hier der Schrott! Ja! Das ist ja nicht weit! So! Oh Gott! Ey wir haben auch ein Problem! Was denn hier nimm? Wie weit... Der Enterhaken! Ja! Der ist echt kurz, ne? Ja, ja! Also der ist schon... Wirklich... Okay! Man kann die Sachen einfach so... Ähm... Achso! Du meinst gerade, dass... Ähm... Er kaputt geht! Ja, ja! So ein Seil... Okay! Aber der ist, glaube ich, echt viel kürzer als zuvor! So ein Blatt! Oh ja! Hast du ein Blatt dadurch bekommen? Ja! Hatte ich schon vorher! Kann ich gut drücken? Lol! Das geht! Ah nice! Okay! Dann stelle ich das her! Dann eine kleine Anbaufläche... Herstellen! Okay! Er stellt es jetzt gerade mal ruhig in die Mitte! Damit es sich zerstört wird auf einmal! Okay! Ich guck gerade, wie ich das am besten platziere! Ah! Okay! Komm! Komm! Perfekt! Oh! Schön! Und dann packe ich Kartoffeln! Ich habe auch eine Potato! Ja, perfekt! Ich habe sie gepflanzt! Oh! Ich glaube, es wird langsam dunkel! Ja, und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht! Höh! Irgendwie war es gerade schon raus! Ja, ich habe es doch bekommen! Oh Gott! Wo kommt das Ding? Das Fass! Oh, er greift an! Nein, er kommt! Er greift an! Nein, nein, nein! Geh nicht! Mein Ding ist draußen! Oh Gott, jetzt! Okay, komm! Ja! Er hat dich zerstört! Und dann kommt direkt das nächste Fass! Hast du das gerade in der Luft getroffen und dadurch abgelehnt? Bist du irgendwie ein Ninja? Ja, bin ich! So, ich habe noch eine kleine Rübe gepflanzt! Hier! Dann schaue ich mal nach dem einfachen Reiniger! Ähm, hast du zufällig eine Plank und ein Palmblatt? Ja, ich habe acht! Warte! Warte! Du kannst das jetzt einfach mal machen! Was denn? Dann gebe ich dir die... Ähm, weil wir brauchen einen einfachen Reiniger! Einfacher Reiniger! Ja, genau! Mir fehlen drei Palmblätter! Achso, ja! Ja, die habe ich! Hier! Bitte sehr! Ja, gib mir deine Kiste! Ja, easy! Einfacher Reiniger! Ja, genau! Und den jetzt einfach irgendwo hier platzieren! Dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine leere Tasse! Die kann ich einmal herstellen! So, und dann... Planke platzieren! Was soll das denn bedeuten? Weiß ich auch nicht! Ah! Um das da drunter zu machen! Achso! Ah! Das muss man... Ich habe hier nicht tun! Ja, hast du... Hast du was? Eine Flasche? Ja, du musst erst mal füllen! Achso! Ah! Stimmt! So war das! Ja, sorry! Oh Gott, ist das gerade dunkel! Ja! Wir machen Wasser und was Leckeres zu essen! Das bedeutet, wir bräuchten noch einen Grill! Ja! Kannst du den machen? Leider nicht! Mir fehlt für den einfachen Grill zwei Planks und zwei Seile! Oh! Oh, ich habe richtig! Du, ich verdurste! Oh! Ja, dann trink! Ist das nicht fertig? Braucht frisches Wasser, das Teil zum Pflanzen! Mit Süßwasser füllen? Du musst es echt langsam machen! Hast es jetzt gefüllt? Oh, du hast es getrunken! Ja! Ich sterbe gerade! Du musst mir Wasser geben! Ja, ich gebe dir das! Warte! Und ich droppte hier die Taste! Ich droppte hier die Taste! Ja! Ich hatte das gleiche Problem! Du bist so ein... Ich war selber am Verdursten! Das kann doch nicht wahr sein! Was denn? Ich komme hier einfach zurück! Okay! Mit Salzwasser füllen! Das war doof! Hier fährt das Ding ja auch einfach hin! Oh! Oh Gott! Ich bin gefallen! Komm rein! Minion! Oh! Alles gut! Ja, vor allem was ich gerne hätte wäre eine Fackel oder sowas! Ja, vielleicht haben wir das Gute jetzt hier... Im Forschungstisch! Ja, ich mache jetzt hier erstmal den einfachen Grill! Planke platzieren! Ja! Mach mal! Dann pack doch am besten mal... Du hast doch da noch... Hast du noch eine... Ich habe eine Kartoffel! Ja! Hier! Rohe Kartoffeln platzieren! Ja genau! Oh lecker! Dann haben wir das zumindest schon mal! Weil dann... Weil... Ich glaube das ist wichtiger als der Forschungstisch! Weil es bringt uns nichts, wenn wir verhungern oder verdursten! Weil... Dann sind wir halt einfach down! Den Forschungstisch können wir ruhig später machen! Zack! Hier kommt schön was! Mann, wann ist denn endlich... Ah stimmt! Wir könnten uns ein Bett holen! Dann könnten wir dann schlafen! Ja, aber wenn wir dann aufwachen, haben wir ja noch mehr Hunger! Lässt dich in der Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben! Auch das Wiederbeleben im Bett sorgt für mehr Gesundheit! Also das bedeutet, das Spiel ist ansonsten zu Ende, wenn wir da Scheiße bauen! Das Süßwasser ist fertig! Ja! Mit Süßwasser füllen und jetzt... Wasser... Pflanzen! Guck mal! Ich hab was gefunden! Was denn? Ein Empfänger! Das ist bestimmt für das... Forschungslabor! Nötig zum Auffinden von Funksignalen in der Nähe! Oh, das schnapp ich mir! Okay! Achso! Oh nein! Wir werden angegriffen! Töne! Harald! Ja! Ja! Mieser, mieses Stück! Oh, ich hab hier noch ne Potato! Ja, ich hab grad schon eine in meinem Ur geschoben, war lecker! Ach ja, so einer bist du also! Ja! Seit, seit heute schon! Kann ich platzieren! Was machst du denn da? So, Wasser hast du wieder aufgefüllt, ne? Ja, ja, klar! Okay, nice! Oh nein, mein Greifhaken ist kaputt! Oh, oh! Alles für Pediesel! Ich hab neun! Was? Wie schnell ging das denn? Tja, einfach gekraftet, ne? Läuft bei dir! Okay! Dann bewerte den Part, schaut in die Videobeschreibung, da ist die Palette, sowie glp.tv slash raft, also die Playlist verlinkt. Bis zum nächsten Mal! Tschüss, bis dann!